Ihnen und euch darbringen werden zum Thema, was ist eigentlich Zeit? Sie haben jetzt nicht mehr die Chance zur Uhr zu gucken, darum geht es überhaupt gar nicht. Zeit wird ganz, ganz unterschiedlich definiert. Die Rede ist von der Gruppe, die jetzt für Sie bereitsteht. Sie heißen Viva Moves. Die Rede ist von der Gruppe vom VfL Lüneburg. Viel Vergnügen, bitteschön. Mensch, du hier, lang nicht mehr gesehen, wie die Zeit vergeht. Ja, aber was ist Zeit eigentlich? Also, unser Professor hat uns mal erzählt, Zeit sei ein rein physikalisches Phänomen, so mit Teilchen und Antiteilchen. Viel zu kompliziert. Du musst dir doch nur mal die Menschheit angucken. Die da zum Beispiel. Viel zu gestresst. Viel zu wenig Zeit für zu viele Dinge. Ja, da hast du recht. Und er da drüben. Die Ruhe in Person. Ja, aber das sind auch nur Teilaspekte. Du musst mal überlegen, was zwischendurch noch alles passiert. Da hast du recht. Man liebt sich, man hasst sich. Mit Freude und Leid. Freunde und Familie kommen und gehen im Laufe der Lebenszeit. Und man sagt, am Ende des Lebens zöge noch einmal das gesamte Leben wie im Zeitraffer an einem vorüber. Aber stimmt, wir sind wirklich unser ganzes Leben von ihrem Leben und verstehen die Zeit trotzdem nicht. Die ewige Frage, die bleibt, was ist Zeit? Den Zeitgeist lass getrost geschehen und die Erkenntnis in dir reifen. Du brauchst nicht mit der Zeit zu gehen. Nur ist es klug, sie zu begreifen. 10, 9, 8, 7, 7, 6, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1, 1. Was ist das? Leere Raum ist mit Haaren, virtuellen Teilchen und Antiteilchen gefüllt, die zusammen entstehen, sich trennen und wieder zusammenkommen, um sich gegenseitig zu eliminieren. Daher kann man das Teilchenpaar auch als ein einzelnes Teilchen ansehen, das in einer geschlossenen Schleife durch den Ausland reißt. Bewegt sich das Paar in der Zeit vorwärts bei das Teilchen, bewegt sich rückwärts in der Zeit und zeichnet man es als Antiteilchen, das sich in der Zeit und vorwärts bewegt. Musik 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 Applaus Applaus Gibt es eine Gegenwart? Kaum ist sie da und sie zur Vergangenheit. Wie lange dauert die Gegenwart? Und die Vergangenheit? Ja, außerdem nehme ich dafür, dass die Zeit für die Langsame für die A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S-A-S. Die Das ist Lüge, das ist so schön, wie es mir war. Lüge, das ist so schön, wie es mir war. Lüge, das ist so schön.